Ja, 175er Item mit dem 372er ausgetauscht. Das waren fast 200 Item-Level-Punkte. Ja. Oh, die haben das Item-Level... Haben die das Item-Level weggemacht? Kann sein, dass das erst mit Max-Level angezeigt wird. Bin mir noch nicht sicher. So, Tigerchen. Oh, ich soll vielleicht noch looten. Crit-Tempo, Crit-Meisterschaft, Tempo ist besser. Weniger cooldown auf den Skills. Mein Volk mag keine Fremden. Aber so viel... Entschuldige euch. Ich finde es krass, wie Philippe diese Quests hier geben. Wir hätten mich für diese Tat nicht bestrafen. Wir müssen durch einen heftigen Kampf hindurch. Kümmert ihr euch um die Hosen, während ich durchrenne? Wenn alles gut geht, treffen wir uns in meinem Dorf. Dann merkt man wieder, wenn der Grise seinen Kataklysmus durchhat, wenn auf einmal wieder im Quest-Ziel drei Fortschritte angezeigt werden. Der Kataklysmus, der hat schon was. Den hast du früher beim Demo mitgeskillt, wenn du voll am Bomben warst, und dann einfach in der Demo-Gestalt den Kataklysmus reingehauen, damit der extra nochmal Schaden gemacht hat. Dann haben sie es aber irgendwann genervt. So, sind wir schon fertig. Wollen wir eigentlich mal für zwischendurch eine kleine Ini machen? Oder einfach weiter questen? Zufälliger Dungeon, M.O.P. Moment mal, rein theoretisch könnten wir doch auch... Ja, wir könnten rein theoretisch sogar Timewalker Kater machen. Sehr genau, weil wir jetzt nicht schon den Kataklysmus gesehen haben. Ich weiß, ich wollte bloß mal nachgesch- nachschauen, ne. Boah! Brauerei Sturmbräu. Mein Lieblingsini. Hey, was machen die da mit unseren fliegenden Biermonstern? So lustig, hey! Weißt du, was ein Witz ist? Nö, erzähl mal, die Waffe von dem Typ da hinten. Da rennt ein Typ wieder vor. Mach keinen Schaden. Ja. Naja, stimmt. Muss doch wieder diese komischen Bücher auch sammeln, ey. Äh. Von denen liegen aber echt mehr als genug rum. Sag sie immer. Jetzt wird's lustig. Woah. Oh. Raps. 없어요. Sehr warm. Ich so batele auf. Alles ja ganzs. Hier kommt der Oog Oog. Fuck. Fuck. Ich hab Frein-Einbrüche. Anfangen mit Bug-Buddy! Mach mir den Bug! Der Huse... Ersteck erst im Damage. Eben. Also brauchst du dich doch gar nicht beschweren. Ja, das war aber was, wenn der Kataklysmus zuvor eingeschlagen hat wie Sau. So... Der Kataklysmus. Halt, was auch gar nicht so. Ja. So. Letztes Buch. Man merkt, dass ihr keine... Oh doch, du brauchst doch Bücher. Okay. Ich wollte es gerade sagen, man merkt, dass ihr keine Bücher mehr braucht, weil ihr... Ihr durch... Na toll. Na toll. Okay. Okay. Ach, ich bin ne Katze. Fuck, ey. Warte, wo ist mein... Wo ist mein Bettelress? Wo ist mein Bettelress? Was? Ich bin nehm... Ich bin nehm... Was ist dein Bettelress? Ich bin nehm... Ich bin nehm... Ich bin nehm... Ich tanze in der Zwischenzeit ein bisschen mit den Affen. Affen? Da unten machen die zwei Party, wo der erste Wurst verreckt ist. Ach so. Ach du bist gar nicht hier. Warum bist du nicht hier? Weil er seinen Geist freigelassen hat. Ah so. Ich bin gestorben, hab meinen Geist freigelassen. Uh, er hat eine Schildhand. Ist was zu mocken? Nee, hässlich. Lol, gibt's trotzdem. Das ist meistens so. Mir fehlen noch zwei Bücher. Mir fehlt auch noch eins. Da stehen die übel Kügel. Der Beiname von unserem Doktor Johnny Havanna. Doktor Johnny Havanna Übel Kübel. Können wir ja sagen, weil wir wissen, dass dir das sowieso nie ansehen wird. Hey, hol den Übel Kübel. Was sagen sie heute? Sagen sie halt gar nichts. Ja, die mögen mich heute nicht. Nö, die haben halt echt nichts gesagt. Schade. Normalerweise lassen sie immer irgendeinen blöden Spruch über die Gruppe raus, die hier grad vorbei rennt. Was? Ja, wahrscheinlich weil ich nicht dabei war. Bestimmt mal einmal, dann verpasst die halbe Ini. Ja. 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 Sona. Noch eine Fliese. Was? Die Ini ist trotzdem toll. Schade. Es ist trotzdem ein Tor. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mal schauen. Es ist traurig, bis sie zum Karsten kommen ist alles tot. Gesundheit. Wenigstens kennt die Gruppe hier den Trick mit der Säule. Das stimmt. Spart zu viel Zeit. Ein Handy summt. Irgendwas ist passiert. Es war ein YouTube Kommentar. Was ist das für ein Ding? Egal. Ich würde mich mehr aufhalten. Jetzt, wo ich so nah ran bin. Vielleicht muss ich das einfach nicht angucken. Wir haben einen Filmrissbräu. Wir müssen da so ein bisschen in Bewegung bleiben. So einfach, du stößt einfach hoch und vorbei. Okay. Und doch... Ah, verdammt. Ach, scheiße. Ich hab auch gefällt. Leder und Platte mit in... Mach einfach keinen Schaden. Also DPS-technisch bin ich zwar vor dir und vor dem Schurken. Aber insgesamt am Schaden hab ich am wenigsten gemacht. Was haben wir hier... Umhang interessiert mich. Das macht mich Trauer. Was hast du getan? Ich habe mir endlich einen Namen gemacht. Tempo-Meisterschaft, Tempo-Krit, Krit-Meisterschaft. Dann nehmen wir doch... Tempo-Meisterschaft mit. Geil. Jetzt sind die Handschuhe. Was haben wir hier noch? Na, dann raus hier. Ah, nicht. Was mach ich denn da? Ich weiß nicht, was du da machst. Ich hab grad ein Ladebein. Ich wollte grad auslocken. Jetzt auch raus hier. Okay, auslocken. Oh mein Gott. Die effektivste Methode aus dem Extensort zu kommen. Hat jemand einen Mock-Mount? Nee, dafür hab ich noch nicht zu viel Geld ausgegeben. So, jetzt müssen wir mit den ganzen Typen sprechen. Ach, jetzt suchen wir gleich die Leute aus. Das kommt erst am Schluss. Oh. Hm. Der Mieten. Schon wieder ein YouTube-Kommentar. Mein Handy hat grad schon wieder gesurrt. Ja, das stimmt so, ja. Okay, jetzt müssen wir hier... eine Runde tauchen gehen. Da hab ich noch keine Achtung hinten. Schildkröten. Ich soll wieder alle Zahnpullen und Kataklysmus ziehen. Ja, sollen die Trocken Schildkröten fangen? Jo, sollen sie angeblich droppen, haben sie bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, droppen, bloß scheiße selten. Schildkröten. Ja, auch keine Flanke. Eine riesige Feuchtbörter. Wie der Hammer hat einfach mal gar keinen Schaden macht. Schildkröten. Schildkröten.